Hallo, hohe Erlebnis, danke neun hin. In dieser Folge sehen ihr die Einfahrt am RB77 und Gelingen. Ankunft 15.07 Uhr. Hier geht es um die Mangerie und geht es um die Mangerie nach Gelingen und Saloui. RB77 und Gelingen, Ankunft hier in Nika-Alt-Gorf. Endsaison hier in Nika-Alt-Gorf. RB77 und Gelingen nach Nika-Alt-Gorf. Das war's wieder im Video. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, abonniert den Kanal. Und achiert die Glocke. Bis dahin, Sani, schau und bis bald.